Musik Ich möchte dir heute einen der Könige des Alten Testaments vorstellen. Usia wurde mit 16 Jahren zum König erhoben und hatte eine Regierungszeit von 52 Jahren. Von ihm wird ein ganz entscheidender Satz berichtet in der Bibel, nämlich der Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Wir kennen das von anderen Königen im Alten Testament, dass da auch die negative Form berichtet wird. Aber hier bei Usia heißt es, er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Und das kam daher, wie es ein paar Verse später heißt, Und in den Tagen, da er den Herrn suchte, gab ihm der Herr Gelingen. Den Herrn suchen heißt, dass Usia mit ganzen Sinnen und Trachten auf Gott ausgerichtet war und er wollte das, was Gott für das Volk wollte, umsetzen. Er war ein sehr weiser Herrscher, ein Kämpfer, der wirklich wichtige Eroberungssiege einfuhr für das Volk. Er schuf Maschinen zur Verteidigung der Städte. Er ließ Zisternen graben, um das Volk, was wirklich auch aufblühte, zu versorgen, dass die Weingärtner und Bauern einfach da besser arbeiten konnten. Und so wird berichtet, dass er wirklich ein gesegneter und sehr guter Regent für das Volk war. Deshalb, weil der Herr ihm Gelingen gab. Wenn wir unser Herz auf den Herrn ausrichten, wird er uns Gelingen geben. Im Neuen Testament heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere zufallen. Oder, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. So heißt es in Epheser 4. Gott suchen, das heißt, mit Gott in einer guten, wachsenden Beziehung stehen und bleiben. Das heißt, mit ihm im Gespräch bleiben, im Gebet bleiben, zu hören, was möchte der Herr mir sagen, das Herz auszurichten auf das, was Gott möchte, was wir umsetzen sollen, was er in unser Leben legt, dass es zur Reife und zur Geburt kommt. Gott suchen, das heißt, den Blick fest auf ihn gerichtet zu haben, egal was für Umstände sich vor uns auftun. Gott suchen, das heißt, mit ungeteilten Herzen nach ihm trachten. Wie war das bei Josia? Josia verließ diesen Gedanken, sein Herz fest auf den Herrn zu richten. Denn es heißt bei ihm, als er mächtig geworden war, wurde sein Herz hochmütig und er handelte treulos gegen den Herrn. Das soll bei uns nicht so sein, sondern wandle würdig der Berufung, mit der du berufen worden bist. Das ist heute wichtig für dich. Wandle würdig der Berufung. Lass dein Herz ungeteilt auf den Herrn gerichtet sein. Bleib in der Beziehung mit ihm und lass diese Beziehung heute wachsen. Gott hat mehr für dich. Gott hat mehr für dich.